Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Film Robin Hood und los geht es an dem Intro. Viel Spaß! Ja, Robin Hood, ihr habt es an der Überschrift schon gelesen bestimmt, der Film, da müssen wir uns, brauchen wir gar nicht groß drüber reden und groß drüber, ja, wie soll ich es sagen, fachsimpeln. Der Film ist scheiße. Punkt. Ja, in diesem Sinne soll es auch gewinnen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ne, der Film ist wirklich sehr, sehr schlecht, das kann man gleich vom Anfang an hier sagen. Es gibt, wir fangen diesmal, das ist ein ganz anderes Review wie sonst, ja, das machen wir mal alles ganz anders hier. Ich erzähle euch auch gar nicht jetzt über die Story und so weiter. Robin Hood halt, das ist die Robin Hood Story, kennen wir alle, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist die tausendste Verfilmung. Ach, äh, der Film hat aber andere Probleme als nur die Story, das auf diesen Punkt, also das will ich schon mal an dieser Stelle sagen. Ja, der Film, Robin Hood, was wollte ich sagen, wo wollte ich überhaupt anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Achso, es gibt Filme, äh, da kann man drüber diskutieren. Ja, es gibt ja verschiedene Geschmäcker, ja, alles, ja, Filme, über die man diskutieren kann, die andere gut finden, andere weniger gut finden, zum Beispiel Avengers Endgame. Zum Beispiel ist ein Film, kann ich verstehen, wenn jemand sagt, er gefällt ihm. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, er findet ihn total kacke und ist enttäuscht. Das sind alles Sachen, wo man auch drüber diskutieren kann, wo es verschiedene Meinungen gibt. Ja, alles so eine Sachen, Filme ist ja auch immer was, ja, wie soll ich sagen, ja, steckt ja immer ein bisschen jeder seine Gefühle mit rein und was weiß ich. Da spielt er eine ganze Menge eine Rolle. Und jetzt kommt auch Robin Hood. Das ist ein Film, da gibt es nichts zu diskutieren, da gibt es kein, keine Entschuldigung für irgendwas. Dieser Film ist Schrott. Punkt. Der Film ist richtig schlecht. Wieso das so ist, da kommen wir gleich noch drauf zu, aber hier gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Also, ich, ja, eigentlich kann den Film, den kann man nicht gut finden, wenn man, ich sage mal, wirklich ein bisschen Grips im Kopf hat und vielleicht nicht total besoffen ist und sich den Film reinzieht oder so. Irgendwie, wenn man, sobald man ein Fünkchen Intelligenz hat oder irgendwie was, kann man diesen Film einfach nicht gut filmen, weil er ist wirklich schlecht. Ja, nicht schlecht wie zum Beispiel, es gibt ja auch schlechte Filme wie, ja, manche sagen ja auch immer so, dieses Popcornkino. Ich bin ja, ich sage öfters mal, ich bin, ich gucke auch gerne Popcorn-Action-Filme oder Popcornkino, wo ich mich, ein Punkt ist, der selber weiß, dass er scheiße ist und der selber weiß zum Beispiel, die sich nicht ernst nehmen, da kann ich darüber lachen oder die mich als Zuschauer nicht für absolut dämlich halten. Da kann ich dann immer sagen, okay, das ist Popcornkino, das hat mich unterhalten, aber wie gesagt, dieser Film ist auch eine ganz andere Liga, ja. Ja, wir hatten ja schon, ach, wir fällen jetzt gar nicht so schlecht, Skyscraper zum Beispiel war jetzt kein guter Film, was Action-mäßig anging und so weiter. Aber das sind, oder hier, hier, Geostorm, der auch so richtig scheiße war oder American Assassin oder wie er hieß da, der war auch so richtig kacke. Das sind so richtig schlechte Filme oder hier Resident Evil, der letzte da, das waren auch schlechte Filme, ja. Kann ich noch verstehen, wenn jemand da Fan ist, wenn er das gut findet, waren aber im Grunde aus schlechte Filme. Das ist nochmal eine Stufe anders. Das ist eine neue Dimension des schlechten Films, so könnte man es beschreiben, das, ich würde fast sagen, des Verblödungskinos. Ich glaube, während du den Film guckst, sterben dir sämtliche Gehirnzellen ab und du bist eigentlich nur noch so ein sabberner Breihaufen, der da in der Ecke sitzt und sich beim Filmschauen vollpisst und in den Hosen scheißt, weil er vergessen hat, auf Toilette zu gehen. Weil ihm dafür die Gehirnzellen abgestorben sind, während der Schauens, ja. Jetzt müsst ihr denken, wieso sitzt der hier noch und hat sich nicht schon bepisst und vollgekotzt. Dass ich darin, ich habe den Film, ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht zu Ende geguckt. Es ging einfach nicht. Ich konnte es einfach nicht mehr tragen. Ich bin ja jemand, der wirklich Filme, auch wenn sie schlecht sind, bis zum Schluss guckt. Ja, und man will ja doch sehen, vielleicht kriegen sie noch die Kurve, vielleicht ist doch noch irgendwas Gutes an diesem Film. Aber es ging einfach nicht. Einige Freunde von mir, die den gesehen haben, die sind nach 15 Minuten, haben die schon, ne, geht nicht, kann ich nicht weitergucken. Und das sind halt auch Leute gewesen, die wirklich, ich bin ja immer ein bisschen kritisch, was Filme angeht. Die sind aber auch so, ja, ich lasse mich mal gern berieseln, gucke auch mal so 0815 Actionfilme, die ich schon sage, ach du Scheiße, da sagen die doch auch, der war doch gut, hat mich unterhalten. Selbst die haben gesagt, nach 15 Minuten, es ging einfach nicht. Man konnte die nicht weitergucken. Ich habe wenigstens noch eine Stunde durchgehalten. Aber da muss ich auch sagen, nach 20 Minuten habe ich eigentlich schon so ein bisschen abgeschaltet. Oder bisher sind schon ein paar, ich habe ein paar Schäden schon davongetragen. Und ich habe dann am Computer was gemacht, nebenbei lieferte noch so die Stunde. Da habe ich gedacht, vielleicht passiert da noch irgendwas. Aber nach einer Stunde habe ich gesagt, nein, selbst beim Nebenbei gucken, nicht mehr direkt darauf fokussieren. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht, ja. Aber fangen wir von vorne an. Der Film ist von Otto Bratwurst, nee, Bratwurst oder wie er heißt. War mir vorher nicht bekannt. Ja, ich weiß gar nicht, was er vorher gemacht hat. Wir haben sogar gute Schauspieler hier, diesen Turin and Eggerton oder wie er heißt. Denn Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, also gute Schauspieler, also kann man nicht sagen. Der Film sieht doch teilweise gut aus, will ich jetzt auch nicht, ja, auch nichts sagen. Aber der Film ist, ah, er versucht ja irgendwie ein Mittelalterfilm zu sein, nimmt aber Elemente aus der Jetztzeit. Zum Beispiel ihre Klamotten, wie sie sich bewegen, wie sie reden. Er heißt ja nicht mal Robin Hood, er heißt ja Rob und so. Ah, das muss ja cool sein und so. Alles so ins 21. Jahrhundert so reingebracht. Und das funktioniert natürlich alles vollkommen null. Wir haben zum Anfang eine Szene, die könnte aus irgendeinem Kriegsfilm sein, der in der Jetztzeit, also aus dem jetzigen Irak-Krieg zum Beispiel, wo dann aber mit Pfeilen, mit einer Pfeil-MG-Gann geschossen wird und er dann so schön hier schräg den Bogen hält und, ah, totaler Bullshit. So richtig schön kacke. Und endlich weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was da noch kam. Das war alles so belanglos, uninteressant. Und, ah, aber der Film kann ja schon gar nicht gut sein, wenn der Regisseur selbst in einem Interview sagt, er hatte nicht die Absicht gehabt, einen guten Film zu machen. Was denn, ja, also er hat ja selbst gesagt, der Film ist scheiße, sozusagen. Ja, kann ja eigentlich nichts werden. Äh, er wollte da eine Aussage treffen in dem Film, das ging dann irgendwie gegen Trump und irgendwas, sowas alles. Ah, aber ich hab ja, wie gesagt, nicht so, manche haben auch gesagt, was ich so gehört hab, so, das ist so ein bisschen die Batman-Dark-Night-Triologie irgendwie so ein bisschen drin, dass dann da Bruder Tuck ist dann irgendwie hier, äh, komisch nach Gordon und so. Man hat dann so hier, Rob ist dann halt Batman und, äh, das ist so, den Film so ein bisschen nacherzählt mit dem Fall und wieder Aufstieg und bla, bla, bla. Und dann natürlich ganz schlecht, ja. Aber bei mir war das völlig egal, das ist ein Film, kauft ihn euch einfach nicht, der ist wirklich, wirklich schlecht. Also ich hab jetzt auch viele, die den schon gesehen haben, auch noch, die ja wirklich hier, wie sagt der Benni von Benni's Movie Collection, hat er auch gesagt, äh, dass er schlecht ist, er hat ihm auch nicht gefallen. Weil der Film, er kann niemandem gefallen, der nur ein bisschen Grips hat. Mehr kann ich da an dieser Stelle gar nicht so sagen. Auch wenn ich da jetzt vielleicht Leute mit Bleich hab, dann tut es mir nicht leid, weil bei diesem Film, da gibt es keinen, da kann man nicht drüber diskutieren. Der ist einfach schlecht, da kann man, da gibt es nix, wie gesagt, es gibt viele Filme, wo man diskutieren kann, hier kann man nichts diskutieren. Der Film kriegt von mir eine 1 von 5, ja, das ist eigentlich noch viel zu viel, ja, ist eine neue Dimension des Verblödungskinos, ja, das muss man hier mal so klarstellen. Und, ja, ich glaub, mehr will ich denn, das wird nur so eine Hastriade hier, da muss man jetzt nicht weitermachen, äh, schaut euch einfach nicht an. Oder wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wieso der so schlecht ist, dann gebt dafür irgendwie kein Geld aus. Guckt irgendwie, wenn er mal bei Prime ist oder so, dann könnt ihr mal reingucken, die ersten nach 15 Minuten macht der sowieso aus. Ja, weil, wie gesagt, äh, oder habt jemand in eurer Nähe, der euch irgendwie, wenn er da nur nach einer Stunde bloß noch sitzt und bloß noch sabbert irgendwie und, und, und schon voll gepisst seid, der euch dann irgendwie nochmal einen Stock da vom Fernseher wegschieben kann, dass er nicht ganz, äh, ja, die Hirnzellen, äh, absterben. Ja, also achtet auf sowas. Es ist ein Gefahrenhinweis, könnte man sagen. Ja, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein, äh, ich denke, ja, vielleicht hat euch das etwas andere Review mal gefallen, aber, äh, ja, wie gesagt, schaut diesen Film nicht. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.